Das ist die Frage, Alter. Ist das so true? Oh, was ist das? Wenn ich jetzt Imposter werde, ist wenig der Erste, der daran glaubt. Bei mir auch weniger Mittel zum Glück. Ich bin so oder so tot jetzt, glaub ich. Wenig heult einfach immer direkt das Richtige. Ja, ich find auch wenig. Alle rein. Okay. Wer auch immer da gerade noch ganz kurz meine Schrift gesehen hat, hat derjenige auch den Report-Button gemacht. No way, Alter. Und das ist genau das Bild, dieses... erklärt genau, warum unser Schulsystem unbedingt überarbeitet werden muss. ... 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 Wir sehen uns auf der Seite. Ja, sicher. Typisch. Was? Ich habe das gemacht? Schrape mir bitte, bitte. Was? Wer wir jetzt mir anhängen. So lächerlich. Armin, Armin bitte. Was? Ich bin lächerlich. Lass erstmal Armin rauswarten. Er ist vor drei Leuten in den Wend gesprungen. Vor wenig, vor mehr und vor stritzig. Ich liebe dieses Game. Ah ja. Ah ja. Nummer 5. The Whopper. Burger King. Wahrscheinlich, oder? Nummer 4. The Big Mac. Wahrscheinlich, oder? Nummer 3. The Shaq Burger. Shake Shack. Habe ich gegessen, fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Den würde ich nicht so hoch raten. Auf gar keinen Fall würde ich den so hoch raten. Den fand ich wirklich nicht so gut. Also Fabo, wen hast du gesehen? Strizzi hast du gesehen, oder wen? Hä? Also wir haben uns ja gesehen. Jeff Stegi und ich, ja. Ich habe am Anfang der Runde Fabo in Camps gesehen. Der hat halt die ganze Zeit um mich herum getanzt. Aber Strizzi ist dann am Ende Richtung Nice. Also es ist, keine Ahnung. Ich würde... Vielleicht war es ein Selbstsupport. Ja, ich mache Selbstsupport. Wenn Veli das ist, oder? Keine Ahnung. Oh Boys. Was soll ich machen? Ich kann es nicht anders spielen. Was soll ich eins gegen fünf spielen? Was soll ich eins gegen fünf spielen? Was ist das Tweet? Ja, einfach gut. Ja. Wir hätten so einen schönen Stackel machen können im Admin-Raum. What? Can you look on Adveni YouTube-Channel? He is a small Austrian YouTuber and learned making Cocktails from you and his mixing sum in the video. I had a peek, but I don't speak German. What? What? Steve actually subscribed? Pock. Holy shit, Alter. Ihr simpt... Ihr simpt für mich bei Steve. Small Austrian-Streamer. Wenn ich ein anderes Glas. Auf dem Impro-Basis. Weil ich keinen anderen mehr habe. Habe ich jetzt aufgebracht. Ein Bierglas. Der hat ihn gerade aus. TriPalowski-Tripalowski. TriPalowski- TriPalowski. EchTu! UjJI. Uj physically measurementsshaped ganz normalen. Oder? Oh my God. Oh my God. Ich bin Antonia, ich bin sauer. Fahr wohin, 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 Fahr wohin. Ich lauf jetzt Karl hinterher, ich glaub Karl ist auch Imposter. Ey! FBI! Open up! Ich hab Karl, Karl, ich hab dich gar nicht gesehen. Obwohl doch, wir waren zusammen medbay. Wir waren zusammen medbay. Und somit hat mich zwischendrin wieder verfolgt. Lass skippen, ist nur wen, die der tot ist, egal. Ja komm, scheiß auf den. Aus Versehen. Warte, dann nehm ich. Warte für Winterquaker. Damit gleich stimmen wir auf Winterquaker, los. Winterquaker, Winterquaker, Winterquaker. Nicht Winter, nicht Winter. Doch nicht Winter. Warum nicht Winter, doch Winter. Aber wir haben doch ein A-Liebchen. Warum wartet ihr denn die einzige M-A-Liebchen? Du hast keine A-Liebchen. Okay, das ist auch gut. Wir gucken einfach jetzt die ganze Zeit auf Winter und Osap. Und auf mich, wenn ihr mich verdächtig findet. Aber wieso denn auf Winter und Osap? Winter war dabei. Okay, dann gucken wir halt auf dich. Nur weil er bei euch steht, ist er nicht unschuldig. Wir brauchen nur Zucker und Wasser in einer 1 zu 1 Mischung. Das ist alles, was wir brauchen im Prinzip. Das heißt, ich werde das nur abwiegen. Wegen Zucker und Wasser gleich viel, Chat. Das ist alles. Ich, morgen. 39 Meetings. Oh, 39. Oh, scheiße. Entschuldigung. Amir Style. Michael von Müritz. Du, morgen, 39. Schule. Du meinst 8 Uhr. Herr Homer. Mitarbeiter ist Minus. Nein. Mann. Warte mal, wenn ich hier reingehe. Ich schwöre, irgendjemand wird denselben Move mit mir pullen, den ich die ganze Zeit mit DJ und Podge gibt. Nein! Ich wusste es. Ich wusste es. Sie haben sich das einfach abgeschaut. Sie haben sich das einfach abgeschaut. Oh mein fucking Gott. Ich mach das zwei Runden in Row und dann sag ich... Ey, ne. Pssssss. Pssss. Pssss. H-Champ. Oh, what? Hä? Hä? What the fuck? Und ich sag es noch, wenn Karl es ist, war es so smart, weil Karl hat mich bis jetzt noch gar nicht verdächtigt. Wie ist es schon? Und schon wo war es? Oh mein Gott, mein Herz hat so geraten. Ich wusste nicht, was ich... Ich hab mich angefühlt wie... Wie wenn man, äh, Search and Detroit spielt, MV2 und alle gucken einem zu. Ey, du wartest die ganze Zeit da. Es gibt ja eine Aufgabe, die man alle zu zweit machen muss, ne? Um das irgendwie abzuschalten. Ja, 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 ja. Und ich hab da einfach so blöd geschlagen. Oh mein Gott. Ich dachte, du wartest auf mich. Und dann bist du ein Verräter. Ich hab, ey. Also, wenn das Tenant hier 3 ist, ob wir das. Ich bin jetzt cool. Wenn es so abfällt, dann noch was zu spannendes. Wenn es so abfällt, dann hast du zu sparen. Aber, ey Jungs, war gut chillig, ey. Sagst du nicht im Chat? Wen? Sagst du nicht im Chat? Was? Wus ich, wer von der Hauptsicht da hat? Hab ich nie gehört. Pitzel, süß. Ja, ja, wir haben den Sinn. Der kommt gerade. Hast du Benzin gesucht, Hugo? Ich hab gesagt, habst du ab 10, gibt's doch Fint. Hast du das Lippsinn? Hast du das Lippsinn? Hugo ist das Lippsinn. Ja, das ist Lippsinn. Was hat er gesagt? Er hätte ich verleidigt. Er hätte deine Mutter gerade festgenommen. Er hätte deine Mutter gerade festgenommen. Was ist jetzt, Hugo? Das ist perfekt. Ja, hui! Heads up! Ja, hui! Heads up! Ich hab 60 in deine Wodka. Die Gläser sind auch zu cool. Gell? Das ist echt Schlimmer und so. Die Gläser sind auch zu verlaufen. Du machst dein Glück, ja. Entschuldigung, are you okay? Oh Gott, 6-1, 6-1, 6-1. Ja, schalom, schalom. Ich bin mit oben und mache nichts. Okay, erst noch. Lass mich nicht schlafen. Niemals, oder? Das ist mir nicht schlafen, oder? Schlafen, aber? Hörst du Schnauze? Ich bin nicht schlafen. Das ist mir nur ein Reflex. Reflex? Boah, schuld ist mir noch. Ist das die ganze Zeit schon so? Geckweh. Schönen Tag noch. 1812 ist hier. Hier steht 1810. 1814. Das hier ist Pablo Escobar 1981 vor dem Weißen Haus, als er der meistgesuchteste Mensch auf dem Planeten war. Und du hast Angst, deinem Friseur zu sagen, dass er deine Seiten verkackt hat. Warum so gefeiert werde, kann ich gar nicht sagen. Es ist eher so, dass man die Energie und mein Herz, dass man das, glaube ich, sieht. Und das ist das, was ich ganz seit Monaten mache. Und das habe ich gerade zurückbekommen. Tolles, unglaubliches Gefühl. Die Hauptbühne der Querdenker befindet sich an der Sieges-Song. Sorry, ich habe gerade... Ich glaube, ich habe falsch gehört. Ich muss mich kurz aufwacken. Ich glaube, ich habe geträumt. Okay, ja. Jungs, dann kann ich jetzt extra dir sagen. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Abend. Kuss, kuss, kuss. Pau, Spitzis, Voltesso. Scheißidiot. Hey! War das ein Kotelett? Nein, nein, ein Kotelett. Ein Kotelett? Ein Kotelett. Ein Kotelett. Ein Kotelett. Kotelett ist geil. Ich will nicht mehr. Wow. Dumbass. Das ist ein Rock. Das ist ein Rock. Idiot. You fucking dumbass, mate. Ventilator hüttet. Wegweite. Huh? Huh?! Flap hier, flap hier, flap hier. Was? Was? Würde ich nehmen? Was? Oh mein Gott. Ich hab denen aber so viel Schaden gemacht. Fabo, wie heißt die Larve der Froschlurche? Nur Lurch? Keine Wartung. Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh shit. Digga, ich hab's gar nicht gedacht. Es geht nur darum, wer die dümmsten Antworten gegeben hat, ne? Ja. Ja, sind schon aufgetaut, easy. Schau mal, ich hab was versehen. Ich hab was versehen, einen Clear-Eyes-Cube zu machen. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Naja, es ist Fabo, es ist einfach Fabo. Das Ding ist, das Ding ist, ich war nur am Spawn die Runde. Ja, aber du hast ja die Leiche gefunden. Nein, was? Du hast gar nichts gefunden. Es ist Fabo, es ist Fabo, Madado. Ja, 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 es ist alles gut, alles gut. Madado, einfach Fabo voten. Einfach Fabo. Fabo ist es, 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 Fabo ist es. Ich komm durch... Wer ist in der Kamera, ist die Frage. Wenn ich der Person vertrauen kann, ist alles gut. An mir, komm, komm, ich vertraue dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Och det danach hat... Ermann. Mans subscribe. Ich bin Gud nie wie folgt. Ich bincep disein. ist. Hier kann es gut, weil es gut ausodu Cultural geht.